Aua, Aua, Aua! Hallo und herzlich willkommen zurück. Aua, der Epi ist mich hier gerade am schlagen. Das stimmt gar nicht, die lügt. Das ist nämlich eine Lügerin. Nein, ich wollte mich ja eigentlich nur an ihm rächen, aber er wollte das irgendwie nicht. Wieso sind wir jetzt eigentlich beide? Achso, weil wir nicht wechseln dürfen. Ach nee, ich will ihn aber nicht mit der Spiel. Soja hatte eine Nachricht von ihren Geschäftspartner. Weil ich alles wieder vergessen habe. Offenbar hatte die Gilde der Unternehmer Pläne für unsere gewitzte Diebin. Was war denn das? Oh. Wie kann ich denn zum Beispiel verlängern? Danke. Kleiner Mistkerl, hol du mal das grüne Links bitte. Wie kann ich denn das Seil verlängern? Mal so. Verlängern oder? Verlängern ist schwierig. Ja, verlängern? Ich konnte das immer verlängern. Mach mal, warte mal, bleib mal so stehen. Ja, das ist verkürzen. Okay. Dann ist andersrum normalerweise verlängern. Nach oben. Was denn? Mann, du sollst das machen. Du sollst das so machen und dann sollst du da hochgehen. Und jetzt? Eigentlich müsstest du das dann jetzt aber irgendwo festmachen. Damit du mitkommst. An einem Pfeil kann man nicht festmachen, ne? Ach nee, wir können ja, oder? Du könntest einen Pfeil reinmachen, aber da können wir nichts dran festmachen. Wir können auch mal Positionswechsel machen, ob dir von hier oben vielleicht was Besseres einfällt. Weil die Luft ist ziemlich dünn hier. Aua! Kleiner Penner, du! Nö, komm ich nicht hin. Eine Ahnung. Damit kannst du angesehen mit der Taste? Ja, ich weiß, das geht nicht. Die habe ich jetzt mal. Damit kannst du wieder lösen. Geh du mal hoch. Da oben ist eine ganz tolle Luft. Vielleicht fällt dir da irgendwas ein. Ich komme nicht weiter. Warte, 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 warte. Kannst du den... Nee, den kannst du nicht da oben dran machen, oder? Na, dann geht der wieder neu. Warte mal so. Kannst du die beiden Ringe irgendwie verbinden? Bin ich doch gerade schon dabei. Es geht nicht. Genau so, mach mal. Der zappelt doch nicht so gut hier. Der tut zappelt so. Musst du dich vielleicht da draufstellen, dass du nicht von so weit weg machen kannst. Ja, also schüttel mich da noch runter. Ich bleib mal hier stimmen. Du sollst dich nicht bewegen. Hallo, was machst du denn hier? Zieh mich hier weg. Mann, das geht nicht. Ah, warte mal. Geh mal nach oben. Hangel dich mal da dran. Wo? Vertraue mir, spring mal. Aber mit dem Seil. Och, willst du mich verarschen, ey? Die Pisser. Ja, mir ist das gerade so aufgefallen. So, das heißt, ich kann den losmachen. Aber so kommen wir da nicht. Nee, ich komme doch hier hoch. Oh. Okay, da nicht. Ja, weil wir nicht... Was ist das denn? Warum komme ich da nicht ganz hoch? Hallo. Mann. Ja, keine Ahnung. Die Frage ist... Das bringt uns jetzt... Ja, doch. Wo kommt es noch da hin? Nein, ich komme noch nicht mehr hin. Nein, ich komme nicht mehr drauf. Könnte ich es nicht so probieren? Das müsste eigentlich gehen. Die Frage ist, wie kommen wir jetzt da links hoch? Müssen wir überhaupt da hoch? Das ist ja auch noch die Frage. Ja, wo willst du dann hin? Es gibt ja keinen anderen Weg. Irgendwo müssen wir da hoch. Sehen wir jetzt irgendwie den Wald vor lauter Bäumen nicht oder sowas? Mann. Och, Mann. Ich will jetzt hier auch nichts drücken, weil ich die jetzt nicht so gut kenne. Aber eigentlich müssten wir doch... Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, ich will das mal enger zusammen... Das ist doch scheiße so. Ja. Ich wollte gerade was ausprobieren. Ja, bei... Wie der Episode... Ja, bei mir geht es nicht. Keine Ahnung. Nein, du musst langsam und dann einmal springen. Ach, Mensch. Ey, leck mich doch. Was das für eine Freude ist. Ja, nicht da drauf, sondern nach oben springen, wo ich stehe. Ja, ich mach das doch gerade. Ähm, die Frage ist nur... Wir müssen auf die andere Seite. Hallo, wie kommt man auf die andere Seite? Achso, da kommt man nicht. Achso. Äh. Na, das kann ich auch nicht. Wie kommt man da rüber? Den Gedanken hat das eben auch schon, ne? Ähm. Ja, aber ich dachte, da ist irgendwas. Oder oben ist noch was. Das Problem ist, dass man die auch nicht sieht. Hier ist auch nichts mehr. Da kommst du ja auch nicht hin. Kannst du auch nicht links-rechts springen, dass man sich ja dran hängt? Nö, das... Also, wir schaffen es nicht, nach rechts zu springen. Wir schaffen es auch nicht, nach oben zu springen. Ich kann höchstens hier was anvisieren, aber das bringt uns auch nichts. Hm. Oh, ist die Bombe dahin gemacht? Irgendwie habe ich das gemacht, ich habe keine Ahnung. Aber die kann man nicht zünden, oder? Ich bin gerade am überlegen, wo man die Bombe eventuell hinmachen könnte. Nein, wie mit kann man... Ja, weiß ich nicht. Ah, okay. Und tschüss, ich bin mal weg. Du musst mich verarschen. Aber... Wuhu! Aber wir brauchen... Die Dinger kriegen wir aber nicht da hinten. Na, 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 na. Du kannst das nicht. Wir müssen das Ding umdrehen. Dafür müsste einer hier runter. Dann macht das, macht das, macht das. Nein, du musst den Hebel drücken. Und ich muss sehen, was dann passiert. Huh! Ich weiß, was dann passiert. Hm. Und tschüss, ich bin jetzt schon mal weg. Ich komme rein, Juhu. Juhu! Alter! Wieso wirft die mal die Bomben? Das weiß ich nicht, was du da machst. Ja, ich springe nur. Ich drücke nur die Sprungtaste. Was ist denn das für ein Teil da oben? Oh. Das will ich auch haben. Nein, du bist mit Klau. Du klaus immer nur. Was passiert denn, wenn wir hier... Aua, ich werde zerquetscht. Ja, das hat aber eh... Da ist gar nichts passiert irgendwie. Ist mal eine Längerfobie? Ich muss mit da drauf schießen. Mama. Nee, aber das muss irgendwas mit der Kiste zu tun haben. Können wir die irgendwie hochheben oder so? Ach so. Tschüss! Ja, Paul, danke, dass du mich jetzt hier hängen bist. Du gehörstest du mich von unten hochziehen, die Kiste? Nee. Mach das mal auf. Nein, nicht da. Du musst die zweite Kiste beschießen. Nein, schieß mal auf die zweite Kiste hier unten. Ich fall ja sonst runter. Nein, schieß mal. Nee, das ist das niedrigste, was ich machen kann. Was ist das für ein Mist? Nee, aber mit dem anderen Pfeil. Ja, aber das geht ja eben nicht. Komm. Der zeigt mir die in weiß an und Sprengstoff... Warum liegt da oben eine Sprengstoffbombe auf dem Palateau? Nein! Da hinten kannst du was festmachen. Ja, aber... Das kann ich ja auch nicht dazwischenziehen. Also kann ich nicht dazwischenziehen. Geht das mal nicht so gut? Kannst du dich nicht töten lassen? Dein Sprengstoff könnte mich umbringen, aber ich weiß nicht, wie man das zündet. Ja, ich springe immer nur und dann ist er plötzlich da. Ja, aber du musst den irgendwie zünden können. Drücken, was kannst du dafür noch machen? Nee. Wie, nee. Jetzt, wenn ich das bewusst machen will, dann funktioniert es auch nicht. Aber das... Warte mal. Da war auf jeden Fall noch was. Was war das? Da ist was runtergefallen. Hier links steht jemand drin. Du wirst echt böse. Da ist eine Prinzessin auf der Erbse drin. Wieso kann ich jetzt nicht mehr runter? Jetzt zeigt er mir oben was an und ich kann nicht mehr runter. Kannst du dich nicht einfach kaputt machen lassen? Jetzt geh er doch mal auf. Man bewegt dich doch mal nicht. Einfach links rein springen. Wie kann man... Ah, so. Ja, so ist gut. So ist perfekt. Nur leider kann ich jetzt nicht mehr hier raus. Ah. Siehst du das jetzt hier? Kannst du das sehen? Nee. Ich habe mir eine Kiste auf den Kopf gemacht, aber dafür ist der Schalter jetzt immer offen. Okay, aber da oben ist kein Feuer. Nein, ich bin kein Feuer. Grundprinzip ist schon okay, aber ich kriege das nicht als Feuer. Was machst denn du da? Sag ich nicht. Aber ich sehe es. Er hat das gerade übereinander gestapelt, die beiden Dinger, die du Scheißkipps. Dann hast du sie wieder nicht übereinander gelassen. Weil es nicht ging. Warum guckt der jetzt wieder nach dir oben? Ich will, dass er... Oh, Mann. So besser? Nein. Ja. Jetzt mach da nicht so viel Blödsinn. Ich will hier weiterkommen. Mann, ey. Warum fällt die Scheiße immer wieder um, ey? Sowas nervt, ey. Keine Ahnung. Geh weiter einfach ohne mich, ey. Ich bleib hier hinten, ey. Du sollst dich umbringen lassen. Mehr sollst du doch nicht tun. Ja, es geht aber nicht. Doch. Nee, ich schwimm sogar. Es schwimmt ja auch. Nee, ne? Bei mir war aber gerade Speichervorgang. Nein, ich kann mich aber in die Kloache gehen. Die sieht zwar fütterlich aus, aber selbst da kann ich nicht sterben. Nee. Ich seh dich auch da unten. Doch, jetzt seh ich wieder was. Ich verstehe nur nicht, warum ich das da unten nicht machen kann. Wir müssen das zu zweit machen. Wahrscheinlich brauche ich die hier unten, damit wir zu zweit diese Kisten aufeinander stapeln. Damit wir beide hochgehen können. Pass auf. Au, du kleiner Penner, du. Du kleiner Lutscher. Guck mal, pass auf. Wenn ich das so mache, ne? So, dann musst du die... Warte, warte, warte. Ich muss sie loslassen. Ja, lass los. Ich kann nicht die nochmal loslassen. Rechts. Achso, ja, du bist ja mit der Tastatur an. Ah, langsam, langsam schieben. Ja, ich kann das im Gegensatz zu dir. Nein, du kannst das nicht. Das einzige Problem ist nur... Aua. Wieso geht das jetzt nicht? Dann musst du sie jetzt... Nein. Ach so, doch. Ja, das ging. Du hättest ja einfach hinterher springen können, du Trottel. Nein, hätte ich nicht. Du selber, du selber Trottel. Pass auf. Wenn du, guck mal, wenn du hier durch die... Ne, das geht von hier aus nicht. Wenn du durch diese Dinger durchschießt, ist das kurz Feuer. Aber oben ist keine Glut drin. Ne, andersrum. Oben ist nur Glut drin, aber kein Feuer. Fick dich einfach. Fick dich einfach. Nein, jetzt bist du wieder dazwischen gesprungen. Das ist so logisch, ne? Aber nein, sie kann es ja. Bitteschön. Aua. Echt, ey, ich muss dir alles zeigen hier. Ja, ja. Was ist das denn? Das sieht schön aus. Wie viele Stunden hast du da jetzt gestanden und hast nicht gewusst, was du machen musst? Wer ist denn nicht hinterher gesprungen, als er es konnte? So, so, so. Die Gilde ist heute Nacht ungewöhnlich freigiebig. Ich dachte fröhlich. Achso, wir können wieder... Hallo? Was ist denn das hier? Was ist das? Ne Zugriff, Pfeile, Prallen, Prallen jetzt einfach... Achso. Kann man nicht dann immer irgendwas leveln? Doch, ne? Ja, aber ich habe vergessen, wie das alles ging. Ne, das ist mir schon klar. Eigentlich ist das ein Speicherpunkt. Warte mal. Ne. Da oben ist was zum Schießen, aber wir haben ja nichts zum Ablenken, oder? Hä? Wo? Warte, warte. Hm, die Pfeile können abprallen. Ne? Wie kommen wir jetzt da hoch? Ja, indem wir den abprallen, ist das eher so? Achso, ja klar, dann kannst du ja da theoretisch zumindest... Praktisch nicht so. Aber... Das reicht nicht. Oder es muss wirklich so... Hä? Nein! Achso, die prallen auch so ab. So. Du brauchst ja keine Platte dafür mehr. Der muss immer, muss er mir alles wegnehmen hier, ne? Immer wieder. Danke, ich wollte mich gerade dranhängen. Aha, ich gehe mal schon mal hoch. So, jetzt kommen wir nicht weiter. Doch, ich komme weiter. Nein, wir müssen das wieder hoch runter machen. Boah, wieso kann der sich da machen, wo ich drauf gucke? Weil du es nicht kannst. Kann man hier durchschießen? Ich kann das, du nicht. Ich sehe nichts. Haha. Warte mal, warte mal, warte mal. Uh, warte. Da ist eine Bombe. Wo? Oh, da. Neu... Hä? Nein, ich will das da oben auch noch haben. Komm, lass mich das mal... Danke! Vielen Dank, du kleiner Penner. Das ist ja auch nur deine Punkte, die wir da nicht kriegen, ne? Nein, das ist nur deine. Was machst du denn da? Ich will das holen. So. Blöder, kleiner Drecksack. Blöder, kleiner Kaktus. Wie können wir das denn hier abprallen lassen, dass das da links auf dieses Ding draufkommt? Wow. Oh, da kannst du Feuerpfeile schießen, ne? Ja, das ist klar. Deswegen will ich das hier unten hinhaben. Ja, aber irgendwie müssen wir ja... Wir brauchen eine Karton. Nein, du sollst nach rechts gucken. Das Ding kannst du auch nicht runterziehen, ne? Warte, warte. Ach nee, dann bin ich ja... Das ist toll. Das bringt natürlich gar nichts. Ähm... Weil der geht immer nur noch rechts. Das ist jetzt passiert. Ich muss weg. Lass mich hier runter. Ich will da... Hä? Wie haben wir das jetzt gemacht? Ja, du hast das irgendwie gemacht. Ja, weil ich hier drauf gestiegen bin wahrscheinlich. Ja, nee. Hä? Hä? Nee, nee. Bist du nicht gesprungen oder so? Nee? Oder war das, weil ich da nicht drauf gestanden habe vielleicht? Kriegst du noch hin? Oh, Entschuldigung. Da habe ich jetzt oben das mit weggemacht. Aber da unten ist doch eigentlich auch gar nichts, oder? Doch, da geht's weiter. Es geht da unten. Ja, okay. Mann, du sollst den oberen nehmen. Guck mal, ich kann schweben und Moonwalk machen. Ja, stimmt. Platz, was machst du da? Das weiß ich nicht. Es ist irgendwie komisch gerade, was ich hier mache. Warte mal. Es ist verkantet. Ich kann es nicht näher an. Hast du es vielleicht versucht, so wegzuziehen? Aber das kann ja auch nicht sein. Aber jetzt ist es verkantet. Das war schon nicht schlecht so. Ich muss das nur mal anders machen. Ja? So? Hä, was war das? Unser Weg in die Freiheit! Ja, auch mit. Aber wo müssen wir... Okay. Und Schiss. Ja, jetzt ist das Ding nicht ernsthaft so kurz. Ja, du musst es länger machen. Mach es länger. Ja. Echt? Wäre ich nie drauf gekommen. Nee. Niemals. Wieder das. Du hast doch nichts gestohlen. Nur deinen Seelenfrieden, Pontius. Ja, ich glaube, das ist für uns so der kurze Moment, wo wir jetzt wahrscheinlich nochmal einen Cut machen sollten. Das war jetzt ungewöhnlich schnell für unsere Verhältnisse, dass wir wieder rausgekommen sind, obwohl wir komplett innerlich verzweifelt waren. Was man uns natürlich nicht angemerkt hat. Es lag daran, dass ich grandios war. Hat man hier so eine Taste wie ein Tee, so dass man so tot umfällt, wenn einer irgendwie Schwachsinn redet? Wir müssten das echt mal einführen, Leute. So, als kleiner Tipp an die Macher. Ja, sollte doch nicht mehr so viel kommen, dann klemm ich das noch dahinter, aber ich denke mal, der nächste Abschnitt, der wird ein bisschen länger werden. Denke ich. Hoffe ich. Befürchte ich. Irgendwas davon. Sucht euch irgendwas aus. Deswegen kleiner Cut und bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.